Und damit ein herzliches Willkommen zum nächsten Sticker-Box-Unbox-Auspack-Gedöns. Vier Stück, wie ich ja im letzten Video schon versprochen hatte. Ich habe jetzt nicht auf die Like-Zeit geantwortet, denn so klickgeil und likegeil bin ich auch nicht. Aber halt mit jedem Like zeigt mir, dass ihr mein Format mögt und dass ihr mich auch so hingehend unterstützt. Und dafür bin ich euch auch sehr dankbar. So, vier Stickertüten diesmal. Album wieder beiseite. Beim letzten Mal hatten wir ja einen Doppelten. Gucken wir mal, wie viel man diesmal kriegt. Ich hoffe gar keinen. Das wäre natürlich schon das Beste. So, hier haben wir... Was haben wir denn hier alles? Das sieht mir alles nach sehr viel... Oh, 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 na sehr viel Doppelter aus. Naja, passiert. Nr. 46, auch noch mal 16, 325, 194, 169. Ah, schon wieder die 69, die verfolgt mich. Die 69, oh, 69. Ähm, zweite Tüte. Immer diese Panik, Sammelwut. Oh, Sticker Nummer 8. Ich will mal kurz durch... Okay, hier haben wir... Ich weiß nichts... Nein, hier ist gar nichts Doppelter. Krass, glaube ich. So, 217, Nummer 8, 125, 304... 233. Yay, wir haben die Hälfte geschafft von unseren Sticker-Tüten. Juhu! Okay, hier haben wir jetzt definitiv einen Doppelten. Den hatte ich nämlich das letzte Mal schon. Den kann ich auch eigentlich schon zur Seite legen. Aber tue ich nicht. 231, 327... So, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Was machen wir da? Genau, nichts. Wir machen aber die letzte Tüte auf. Okay, wir haben schon wieder einen Doppelten. Goddammit. Immer wenn ich vier oder mehr Tüten aufmache, sind da Doppelte drin. Was soll der Scheiß? 191, Nummer 34, und... Boah. So. Erstmal kommt Sticker Nummer 8. Dann Nummer 16. 18. 34. 56. 58. Oh, die legen wir mal so hin. 125. Ne, hier haben wir noch 200. 160. Nein, 136. 166. Und 191. Ne, 169 haben wir noch vorher. Da fliegen mir die Sticker-Typen. Und 144. So, jetzt sind wir schon bei den 200 entstanden. 217, 31, 33, 86, jetzt kommen alle mit 300, 304, 25, 27, 32. Ich sage, hier drin werden wir zwei Doppelte haben. Fangen wir an mit Sticker-Typen. Fangen wir an mit Sticker-Typen. Nummer 8. Nummer 8. Absprung. Nach dem Sprung aus dem Schlachtenbus können die Spieler freifallen oder an ihrem Hängegleiter zu Boden schweben. Was auch immer dann diese komischen Lippfass-Säulen damit zu tun haben, aber auch ein neuer. Muss ja jeder selber wissen. Nummer 8. Gott sei Dank nicht nur 07, den haben wir nämlich schon. Nummer 16 direkt auf der nächsten Seite. Doppelt. Haben wir doppelt. Ist das der, den ich scheiße geklebt habe? Nein, das war dieser hier. Ein Doppelter. Nummer 18. Haben wir gleich hier. Paralyzed Palms. Eine Stadt im Südosten der Wüstenregion. Hier sehen wir, dass das Leben floriert. Hier habe ich ein bisschen an Dubai. Naja, kann man machen. Nichts. Muss mal gucken zu. Und das Schlimme ist ja, je mehr Sticker wir hier einkleben, umso höher, ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir Doppelter haben. Ich warte noch auf das Stickertütchen, wo wir nur Doppelte drin haben. Weil dann kriege ich die Krise. Ach, hier haben wir gleich das nächste. Nummer 34. Glitzer-Bling-Bling-Waffe. Glitzer-Bling-Bling. Glitzer-Bling-Bling. So, als nächstes Nummer 56. 56, 56. Grüße gehen nochmals raus an Nadine. Die freut sich nämlich dann immer, wenn ich sie grüße und komme. Nämlich ihren Namen im Mund haben wir schon doppelt. Die Frau bringt mir Unglück. Und jetzt wird sie sich wahrscheinlich vor dem Computer kaputt lachen. Oder vor dem Handy. Ich tippe mal mehr auf Handy. Oh, Nummer 58. Wir haben wieder eine Doppelseite voll. Juhu. Dann sind wir bis auf Nummer 54 mit der Seite sogar schon fertig. Das heißt, ein Sticker brauchen wir auf der Seite noch. Dann haben wir fertig. So, das muss jetzt ganz akkurat daneben gehen. Egal. So, als nächstes Nummer 125. Okay, auf der Seite ist es nicht. 125. Tut mir leid, ich kann diese Mischung aus Farbfinder und Mountie nicht ernst nehmen. Nein, kann ich nicht. Tue ich nicht. Ist mir auch wurscht. So, 136. Haben wir auch noch nicht. Das ist Mr. Poppelkorn mit gepopptem Korn. Die Helden tanzen oder gönnen sich etwas Poppkorn. Gepopptes Korn mit ganz viel Pop, Pop, Pop. Das passt schon. So, als nächstes haben wir Nummer 160. Okay, es kommt nach dem Doppel-Dingsbums. Haben wir auch noch nicht. Das ist Omega Stufe 2. Gott sei Dank Stufe 2. Es ist eigentlich dasselbe Bild, nur etwas weiter weg. Also, das ist ja mal der größte Beschiss vorm Herrn. Der größte Beschiss vorm Herrn. Gut, das nächste Mal, glaube ich, nehme ich wieder Bundesliga. Oder irgendwie sowas. Könnt ihr mir ja mal unten in die Comments schreiben, was ihr... Obwohl, ich seid wahrscheinlich schon gar nicht mehr dran, ne? Und ich rede hier mit mir selbst. Was ich sowieso tue. Was ich für ein nächstes Stickeralbum in Angriff nehmen sollte, haben wir 169. Ach so, so ein Bildausschnitt von dem Gesamtporträt hier. Auch nicht verkehrt. Randlos wäre mir das sogar lieber gewesen. Aber kann man halt nichts tun. So, das haben wir auch. Gucken wir mal bei Nummer 191. Sie haben wir noch nicht Gott sei Dank. Das haben wir da noch. Welten, die normalerweise weit weg voneinander sind, kamen sich in die Quere. Das sieht man hier sehr schön auf dem Bild. Ich glaube, ich muss auch mal wieder eine Runde Fortnite spielen. Das passt schon. 194. Leider nicht auf derselben Seite, sondern eine Seite weiter. Gott sei Dank haben wir die noch nicht. Vollstrecker, Gleichgewicht und Ordnung müssen wieder hergestellt werden. Der Enforcer. Sieht ein bisschen aus wie so ein Assassiner, aber neu. Der scheint trübt den Vortland. So, als nächstes haben wir Nummer 217. Haben wir da. Jawohl, haben wir auch noch nicht. Im Hintergrund gibt es sehr merkwürdige Geräusche. Backbone. König der Straße. Wir haben ihn. Backbone. Hm. Komischer Vogel. Na ja, kann man machen nichts. Hier im Hintergrund wird gegehnt. So einschläfert ist dieses Format nun auch nicht. Na ja, passt schon. So, 231. Oh, ganz knapp. Das ist der Heumann. Leere Sie das fürchten. Wie sieht denn der aus? Ja okay, ein bisschen Scarecrow aus Batman. Oh Gott, was ist das für eine Edition, Alter. Season 5, ey. Die war ja voll krank. Voll krank. War noch 231, oder? Ja. Das ist der Heumann. Von dem Zauberer von Oz ab nach der Heimann. So, das kommt 233. Dunkles Erwachen. Ich glaube bei der Season habe ich damals kurz angefangen. Mein allererstes Video. Ich glaube, ich weiß es aber nicht. Ich bin doof. Ich weiß es nicht. Und Skids kriegt man sowieso noch, wenn man sich den Battle Pass geholt hat. Aber da nach 54 Tagen sowieso immer die Season vorbei ist, lohnt es sich für mich einfach nicht. Das ist aber dieses 286. Oh, das ist jetzt mal wieder so ein klein bisschen. Sechs mal da. Hamirez, Hamirez war eine der beiden neuen Gefährten. Das ist ein Hamster. Es ist ein goddamn fucking Hamster. Was will ich in Fortnite mit dem Hamster? Der kann auch keine Feinde für mich töten. Oder? Falls einer Infos hat, ab in die Kommentare damit. Gott, heute habe ich es auch mit dem Call to Actions. Aber ganz ehrlich, ich kriege kaum Kommentare. Schreibt mir was unten rein. Bitte. So, Nummer 304. Zenith Stufe 2. Boah, das sieht man böse aus. Äh, Cyclops aus X-Men in einem Winteroutfit. Hm. Äh, kommst du wohl ab? Du kleine Stickerchen. So, der nächste Sticker ist 325 Doppelposter. Ich gucke gerade, ich glaube, von den letzten drei werden wir zwei doppelt haben. So, was haben wir hier? 325, den haben wir hier. Das ist der Gefangene auf Stufe 3. Aha. Das ist doch schön. Aber hätten die das nicht ans Ende packen können? So, 327 kann ich schon sagen. Das ist der, den haben wir doppelt. Das andere ist 332. Das ist er hier. Also, vier Doppelte pro Paket, ein Doppelter. Macht nix. Macht überhaupt nix. Außer, dass es mich ärgert. Schon mal zugeschobt, der hat. Ja, vier Doppelte haben wir. Wenn ich nicht in die Kamera bekomme, liege ich hier noch mal alle so hin. Haha. Vier Doppelte. Plus die ganzen anderen Doppelten, die ich hier noch habe, die irgendwie sonst keiner haben will. Hat jemand Interesse? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, wenn ihr einen Sticker braucht. Ich antworte dann mit, welches Sticker ich noch doppelt habe. Die könnt ihr dann... Dann werden wir uns schon einig. Bis dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag und sage auch wieder Geh... Vergesst nicht, ein Like zu geben und zu abonnieren. Ciao.